Kurz durchatmen. Ja, das ist mein Fehler. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Oh. Komm schon. Geschafft. Gott sei Dank. Das wäre ja peinlich gewesen, hätte ich das nicht geschafft. Wow. Komm schon. Wow. Wenn du... .. ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ende der Woche will ich seine Akte auf meinem Schreibtisch Welchen Apfel suchen Sie denn, Widdick? Soll ich diese Frage wirklich beantworten, Mr. Kaczmare? Falls ja, könnten Sie wohl kaum erwarten, dass wir Sie nach dem Experiment freilassen In welchen Fluss werfen Sie Ihre Leichen? Ist das Angst in Ihrer Stimme, Subjekt 16? Wäre angebracht Seine Werte sind nicht normal, Mr. O'Neill. Bist du okay, Clay? Denk dran, die Mission... Scheiße! Was wird mit mir geschehen? Keine Sorge, Lucy holt dich aus. Wir sind ein Team. Lucy? Ah, fuck. Ah, ich krieg's nicht hin. Fähigkeit deaktiviert. Das war gerade... die Rede Gettysburg Address die Rede von Lincoln by the people for the people okay wir gehen durch das wiederholt sich nur Alter Erinnerung 5 Sickereffekt Clay Kaczmarek ich, die einst Juno genannt wurde werde dir den Weg zeigen erinnere dich an Eden Eva was soll das denn sein berühre es Adam dann weißt du es ich habe unglaubliche Sachen gemacht mit William und Rebecca das ist viel besser als die Arbeit am Beschleuniger ich bin richtig glücklich Dad ich habe diesen Monat noch gar keinen Schreck bekommen hörst du mir überhaupt zu? bezahlen dich die Lose überhaupt oder ist das Ehrenamtlich? Geld ist nicht alles du musst deine Familie unterstützen Clay hast du von Mom auch immer Geld gefordert? hat sie dich deshalb verlassen? Ach Scheiße bin ich wieder nicht gesprungen blunt man inhos czy durch frequenz hörst du 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Whoa! Ganz ruhig Genau, man fängt links an, dann geht man in die Mitte nach rechts Über die Mitte nach rechts Sag mal, was ist denn gerade los, Freunde? Ja, wir haben noch nicht mal eine Stunde durch Boah, Alter, ich krieg die ganze Zeit Nachrichten Von, äh, vom Live-Ticker Von, äh, dem Spiel Real Madrid gegen Espanol, Barcelona Äh, steht gerade 5-0 Ist gerade das 5-0 gefallen Oh! Fair Hier E-Mail von Clay's Mutter Von Harold, äh, Kaczmarek An claykaczmarek Ad main.com Erklärung Lieber Clay, hier ist deine Mutter Wie ich höre, läuft es gut bei dir auf Arbeit Alle scheinen von dir beeindruckt zu sein Ich wusste ja immer, dass du immer ganz wichtig sein wirst Hier ist nichts viel Neues Heute früh hat es geregt Ich musste mich bei allen ein Fenster oben zu schließen Damit nicht das Schlafzimmer unter Wasser steht Der Vater ist mit der Renovierung Fast fährt endlich ein paar Schränke Um all unsere Sachen unterzubringen Das Abendessen wird ein richtiges Fest Sicher wunderst du dich, warum ich dich einfach so anschreibe Das erste Mal überhaupt Und dann nur über das Wetter rede Es ist mir unangenehm Mit dir darüber zu sprechen Ich musste mir auch erstmal einen Drink nehmen Mut zu fassen Du und Harold Du Mochtest Harold schon immer Ich zwar auch Aber ich kann ihm nicht so einfach verzeihen Wie du Wir kommen gar nicht mehr aus Ich muss mich um ihn kümmern Und dann ab Oh Oh He 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh. Poo.